Mitnehmen. Nicht übermütig werden. Nein, ich pass auf. Nein, stopp! Die Rache des PS3-Controllers ist das. Oh, klar, klar! Mach ne Ehrenrunde. Oh. Sehr schön. Wir hoffen, dass ich den noch treffe. Nein, nein, nein! Wieso bin ich... Juhu. Leute, wir machen das hier nicht mit Absicht. Das ist wirklich, das ist einfach so. Habe ich recht. Wow. Wow. Hallo? Nico? Sag öfter mal was. Ich weiß nicht was. Ich bin betrübt, weil wir die ganze Zeit am Verlieren sind. Sonst bist du auch immer am Labern und am Labern und am Labern und am Labern und am Labern. Ja, in Togethers kann man doch nicht so labern wie ein Beklopter, das geht doch nicht. Der andere muss ja auch noch irgendwas zum Sagen haben. Ja, das geht doch nicht. Wie geht's mein... Oder so. Wie geht's mein... Mein Deutsch voll gut und so. So. Fickt euch Fuzzis. Wuhuuu. Ja, zumindest mal bis zur Mitte... Diese Fuzzis oder wie auch immer die Dinger heißen. Gib mir die Feder. Wuhuuu. Awesome. Federn sind awesome. Fick dich. Dich auch. Und du ist recht. Da kann man jetzt gar nicht rein. Da kann man jetzt bestimmt gar nicht rein. Doch. Yay. Das ist glaube ich dieses Extra-Leben-Dinges hier. Ach ja, stimmt. Das... Das kann ich jetzt voll gut gebrauchen. Ja, die Sache ist... Oh mein Gott, der trifft sogar richtig. Wie kannst du nur. Ich bin schon ein paar Mal hier durchgegangen ohne... Fuck. Dumm. Na, ich glaube, sobald du einmal verfehlst, kriegst du den ganzen Oberen nicht. Aber wenn du einen auslässt, ist das gar nicht so schlimm. Alter, bin ich gut. Kann doch nicht sein. Der sich einfach wieder... Oh Gott. Das muss ich gleich auch... Ah nee. Was ist, wenn du das Level jetzt schaffst, dann kann ich das nicht machen. Du kannst ja das Level wiederholen. Nein, das ist aber groß. Und dann nach oben rein mit Feder, so. Der Skill kehrt zurück. Die Rückkehr der Skill-Ritter. Werd nicht zu laut. Sag sowas lieber nicht. Nein, ich bin immer noch voll scheiße. Ich hab... Ich bin so voll kacke und so. Kannst ja das Level wiederholen. Nein! Ich wiederhole keinen Level. Nein! Ah, das Level wieder. Es darf doch nicht wahr sein. Wieso mach ich so eine Scheiße? Okay, langsam soll man sich echt fragen, ob wir das, was wir tun, richtig ist. Yay! War es wirklich die richtige Idee, dieses Spiel zu spielen? Wow! Oh! 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 Ja! Ja, toll! Hey, ich... Was machst du? Was machst du? So! Ach, ja, hey, töte ihn, während er schon lange in seinem Rohr drin ist. Hä? So! Oh! Fuck, das wollte ich nicht... Na, gehen wir mal hier lang. Lalalala... Fuck! Nicht gut. Was ist das denn für ein Rotz? Es kann doch nicht so schwer sein, ey. Yeah! Das war nicht schlecht. Ja, wieso kann ich jetzt... Boah. Verzögerte Steuerung bringt mich noch um. Der war nice. Yo. Wow. Der war noch nicer. Der war... Achtung! Der war auch nicht schlecht, wow. Ah! Oh nein! Nicht gut. Ja. Ich glaube, so kann man den nicht töten. Nein. Anscheinend... Ja. Ah! Du bist einfach nicht schlecht! Jo! Oh, super! What's da? Was ist los? What has stabbed uns? What has happened? Keine Ahnung. What the fuck? Was ist... Ah! Meine Güte! PS! Ist das... Was zur Hölle? Ich kann noch was schreiben. Kannst du noch was schreiben? Ja. Okay, gut. Lauter Spiel nochmal. Jetzt können wir von vorne anfangen. Nein, kann nicht sein. Das ist doch bestimmt nur... Garot. Ah, ja, stimmt. Das ist richtig. Das kann gar nicht sein. Das ist doch böse. 9. Ja. Moment mal, wo sind wir jetzt? Oh, nein! Also irgendwas stimmt doch nicht. Jetzt hast du uns das Spiel sogar, dass es uns einfach mal rauskickt! Sehr nett! Ich glaube, das nächste Mal, bevor wir spielen, üben wir ein bisschen. Genau sowas meine ich. Ach ja, stimmt, da ist ja gar nichts drin. Sterb, stirb, nehme ich mit. Jetzt können wir die Level wenigstens ein wenig schneller erledigen. Hoffen wir das zumindest. Stirb. Ich will Headbang machen, aber dazu müsste ich groß sein. Oh, what the fuck. Ey, da muss man, das ist doch so ein Kack, ey. So, stehen wir in der Mitte und boom. So, perfekt. Und jetzt hier, boom. Wow. Wow. Oh, okay. Panik. Fuzzy. Feder. Meins. Scheiße, bin ich gut. Sterb, alle. Tief. Fuck. Ich wollte, man, jetzt habe ich das extra Leben verpennt. Ich bin so dumm. Nein. So, ist hier eigentlich was? Lippen. Nee. Jetzt haben wir's auch ja. Hey, boom. Warum krieg ich nur 30? Ich bin doch voll oben reingejumpft. Nein, voll nicht. Was ist das für ein Rotz? So, und jetzt weiter ohne Fails. Einfach mal eben schnell durch. Ja, siehst du, sind wir ja wieder gleich. Warum auch immer das Spiel es gerade für nötig empfunden hat, abzustürzen. Achtung, da kommt es dieser Dingens hier. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön. Na, der geht eigentlich, der ist, glaube ich... Wow. Jetzt musst du den... Ach, was rede ich hier immer für ein Müll? Wow. Okay. Ja, du hast den von der Seite und so, aber sonst ist so voll krass und so. Und so. Boah, aah, ich hab Angst. Ich hab solche Angst, dass ich von dem Ding wieder runterrutsche und es nicht wieder drauf schaffe. No. Komm. Du hättest den Typ, der jetzt draufsteht, schon dreimal getötet. So, danke. Einmal das einsammeln. Hoch. Töten, töten, töten. Oder nicht. Wegschmeißen. Stringer. Yoshi! 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 Du hast versagt. Niemals. Ich versage nicht. Hier, jetzt hol dir das Richtige. Blume! Auch gut. Warte, mit Yoshi kann ich keine Blumen, oder? Nee. Aufwissen. Jetzt gehst du dir hoch und jetzt bist du am Ziel. Siehst du, es geht doch. Hey. Kannst du nicht, was? Nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Den überspringen wir, den machen wir nochmal so und... Oh mein Gott, oh shit. Das war die Awesome-Stelle, wo ich einfach mal so dicht gerusht bin. Ich weiß da gar nicht, wie man die jetzt regeln soll. Du musst jetzt einfach da drauf und dann ist schon gut. Essen! So, nochmal einmal abfassen und... Und jetzt! Ah! Panik! Ah! Mist! Siehst du, es geht doch. Es ist doch ganz einfach. Juhu! Wir mussten uns nur mal eben aufwärmen. So, jetzt geht's alles. Locker, flockig von der Hand. Genau. So. Jetzt kommt wieder... Ja, das Castle. Ich habe jetzt eine Feder, jetzt bohnen sich alles. Was? Mit der Feder kannst du hier denn gar nichts anfangen. Doch, ich kann diese anderen Typis hier töten. Die Skelette kannst du damit töten? Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich wäre damit... Aber... Ja, gut. Ah, das brauche ich gar nicht. Ich habe noch einen Ersatzpilz, also ist auch gut. Jo. Ah, fuck. Wie schlau ich doch bin. So, gut. Dann hier. Sehr schön. Sehr gut. Wow! Jetzt kann ich sie nicht mehr töten. Ne. Fuck. Das sollten wir jetzt hinbekommen. Jetzt wissen wir, was alles auf uns zukommt. Und jetzt können wir darauf vorbereitet sein. Und... Ja, irgendwie so. Okay, ich mache von aus. Was zum Teufel machst du da? Ich warte, bis die Dinger herkommen. Wey, wey. Fuck. Yeah, so geht's auch. Ach, ich bin so stylisch. Wow! So, komm, bitte, danke, tschüss, und hier, und so, und dann hier so rüber, und fuck. Failed heart. Naja, wenigstens bin ich nicht gestorben. Wie andere hier Anwesenden. Ach, sei still. Das Teil hätte mich jetzt auch wieder... Hey, was? So. Ich sag's ja, wenn der Sprung mal nicht reagiert, dann bist du gearscht. Jetzt in dem Fall kannst du runterfallen, in anderen Fall bist du dann tot. Gut, dann warte ich jetzt einfach auf das andere Ding hier. Ist das denn normal, dass... Jetzt mal ganz ehrlich, hat irgendjemand jetzt von den Zuschauern irgendwie... Von Xenaris, warte mal, Xenaris oder Zuschauer? Egal. Hat da irgendwer auch mal über Netplay gezockt und hatte auch Verzögerung bei den ganzen Steuerungen? Ist das jetzt nur bei uns so? Also, das interessiert mich jetzt. Du hast auch Zuschauer, ne? Du machst hier mit, das heißt, deine Zuschauer, die da auch sind. Ich werd's verlinken, ja, ja, das schon. Machst du auch eine wunderbare Playlist? Wow, nein. Ich mach zu jedem Scheiß eine Playlist, dann also auch dafür. Wow! Fickt euch. Wow! Awesome, awesome. So, ich bin immer noch groß, das heißt jetzt... Nicht mehr. Ich bin immer noch groß, das heißt, das müssen wir jetzt mal eben wegmachen. Der rutscht dir mal auf diesen Scheißblöcken rum. Ich kann nicht einfach drauf springen und der bleibt drauf. Nein! Hey! Rutschen wir einfach mal wieder runter. Hey, witzig. Mario ist ein Rutschfreak, der rutscht gerne. Oh mein Gott, mit Blume, ich bin so imber. Aber nicht mehr mit Yoshi. Ah! Was ist hier drin? Mach mal einen auf den Kran, das geht auch. Einfach nicht mehr... Nicht mehr überlegen. Komm, runter. Danke. Nicht mehr überlegen, einfach nur noch spielen. Ganz genau. Mist, wieso gehen keine Drehsprünge? Ich dachte, Drehsprünge gehen bei denen. Nee, ich glaub nicht. Nee, äh... Ich... Ach, verflucht. So, was ist das? Es lohnt mehr, um den Typen zu töten. Obwohl, die Teile prallen bei dem ab, oder? Keine Ahnung. Aber ich glaub, mit der Feder konnte man die töten. Ich weiß, dass auf der DS-Version von Mario, da prallen die Teile ab. Das weiß ich. Aber... Das ist ja die DS-Version. Die ist gut. Die ist gut. Die spiel ich gern. Ha, ha! Ha! Da hat er wieder Glück gehabt. Nichts Glück. Verfolge ist... Wie... Cola. Äh, langsamer. Ja. Über. Hoch. Und nochmal hoch. Super. Über funktioniert nicht. Aber ich kann so wenigstens das. Ich fall nicht komplett runter. Ich kann durch meine Fähigkeit den Fall vermindern. Oder so ähnlich.